So Freunde, was geht ab? Es gibt wieder Neuigkeiten. Und zwar sind Capital und Sandra mit Nummer 1 jetzt auf die 1 gegangen. Das Ganze war sehr, sehr knapp, denn Apache hat mit seinem Hit Roller auch eine sehr, sehr gute Chartplatzierung gelandet. Er ist mit seiner Single Roller auf Platz 2 in den Trends gechartet. Was natürlich auch für einen Erfolg spricht, aber ich hätte ihm auf jeden Fall gewöhnt, dass er sich die 1 holt. Denn es ist so, dass die Single von Capi und Sandra Nummer 1 sich den älteren Songs sehr, sehr geähnen. Dementsprechend hätte ich Apache mit seinem Hit Roller auf jeden Fall gewünscht, dass er diesmal die 1 holt. Aber es ist natürlich sehr, sehr schwer, gegen Capi und seine Community anzukommen. In den YouTube Trends war Nummer 1 auf jeden Fall nicht dringend. Ich denke mal, das Ganze hat sich mit seinem Musikvideo zu tun. Capi ist einer, der dreht mit im Rap-Game eigentlich die perversesten Videos. Sei es bei Sherry, Sherry Late. Das ist eine Late-Berry Soundlist. Das wurde sogar ein Puff gedreht. Auf jeden Fall an beide. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Für die Chartplatzierungen 1 und 2 sind Top-Ergebnisse auf jeden Fall. Und ja, ich hätte es auf jeden Fall Apache gegönnt. Warten wir mal ab. Vielleicht sein nächstes Hingang wird da. Eventuell auch die 1 gehen. Der ist einer der begabtesten Newcomer meiner Meinung nach. Dass es was Neues gibt, lasse ich es euch wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Das ist eine Möglichkeit, die Fitness-Aceige zu nutzen. Bis zum nächsten Mal. Du keine